willkommen zurück bei chaos auf deponia rufus hat natürlich mal wieder alles daneben gehauen in den versuch einen kleinen hammer zu holen ein vieh getötet der arme vogel ja und alles im rand gesteckt und jetzt haben wir was vollkommen vertrauen erwecken dass wir es von dem canon um mal wieder nach im museum zu gucken und an der stelle und das jetzt an ja ihr seht schon ein menschen an der guillotine ach komm gut also das haben wir hier ein blasebalg der korken steckt und ist pingeligst ausgerichtet also pingeligst mal daumen ja das wird schief gerne ich sehe das schon ein bunsenbrenner wir gucken es uns einfach an auf geht's schau gut hin rufus nein doch das ist kein guter platz für ein nickerchen der bunsenbrenner könnte jeden augenblick das wasser in der vase zerkochen und wenn die waagschale nach oben geht löst sie die guillotine aus die zündschnur brennt auch schon doch hörst du denn nicht aufwachen so ein mist oder nach elysium doch retten oder nach elysium verdammt was mache ich nur was mache ich nur was mache ich nur na klar retten wir doch hallo was haben was haben wir denn möglichkeiten das gas aus der flasche wird richtung flamme gepustet leider reicht es nicht um das gas zu entzünden zu schade das gäbe einen tollen budenzauber die feuerwerkskörper zünden sobald das sägeblatt in der luft ist dann erzeugen sie genug spinnen um mich direkt nach elysium zu katapultieren ab der hälfte begleiten mich sogar adler wenn meine skizze stimmt bestimmt und zirkusreif wie immer vielleicht kann ich ein bisschen schwarzpulver daraus kratzen sollte die flug eigenschaften des sägeblatts ja nicht weiter beeinträchtigen oder es kitzelt mit dem richtigen schwung könnte ich das schwarzpulver in den lufteinzug des blasebalks katapultieren easy und vollkommen realistisch wenn das schwarzpulver die flamme erreicht könnte sie das gas entzünden und dann gibt es bestimmt eine interessante kettenreaktion deren ausgang sich schwer vorhersehen lässt worauf warte ich noch es hat geklappt ich habe doch gerettet rufus rufus was denn du hast meine frage noch nicht beantwortet wie kommst du hierher ich verstehe es nicht da gibt es auch nichts zu verstehen die ganze geschichte ist von vorne bis hinten erstunken und erlogen und da wir hier von rufus sprechen hauptsächlich erstunken cletus natürlich cletus warum so überrascht ich bin nicht derjenige der hier uneingeladen herein geplatzt ist ich bin hier um meinen planeten zu retten gut gemacht dem lack wohl und ich waren uns einig es stimmt dass ich dem ältesten rat die existenz der deponianer verheimlichen wollte damit deponia gesprengt werden kann aber goal hat mich überzeugt die wahrheit zu sagen wir waren kurz davor deponia zu retten das notboot sollte uns nach elysium bringen nun ist es fast zerstört wir werden es nicht nach elysium schaffen und der ältesten rat wird niemals von den deponianern erfahren bravo rufus das war hoch begabt höre nicht auf ihn goal er lügt wie gedruckt ich weiß nicht seine version klingt irgendwie plausibel hatte ich schon einmal angelogen die goal die ich kenne hätte ihm das niemals durchgehen lassen die idealistische naive goal ich kenne vor allem die kämpferische goal die für ihre überzeugung einsteht es gibt aber noch einen dritten teil und dieser teil ist auf meiner seite nicht wahr goal es gibt keinen dritten teil sag es ihm goal ich ich weiß es nicht ich kann mich an nichts erinnern natürlich nicht bei der brillanten aktion dieses flohsacks wurde dein hirn implantat beschädigt was ja langsam zur lieben gewohnheit wird ich bring das wieder in ordnung jetzt kapiere es doch endlich du wirst hier nicht gebraucht wenn du goal wirklich helfen willst dann spring ab wir sind direkt über dem meer mit etwas glück überlebst du den sturt sogar nein nein das ist nicht richtig noch kaum du das was für goal das beste ist das sieht aus wie ein schleudersitz na nun da ist ja noch staub auf der plakette ein schrumpf strahler hey das ist ja sogar besser als ein schleudersitz warte da ist noch mehr staub krass ein bär das gefällt mir bisher am besten wohl doch der schleudersitz ich bin das beste für kohl nein halt warum passiert denn da gar nichts kann es sein dass oh oh nein goal oh idiot nein 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 du verdammter idiot gliedes hilf mir warte ich hole dich irgendwie siehst du es jetzt siehst du was du für einen schaden anrichtet Kletis! Keine Panik, ich mach das! Warum tue ich der Welt eigentlich nicht den Gefallen, dich umzubringen? Ich komme, Gold! Reite durch! Hey, wo willst du hin? Ich hab dich gleich! Pass auf! Das soll ich keinen Regenmoment reißen! Ah, da bist du! Denkst du etwa, du kannst hier einfach abhauen? Sag Tschüss! Rufus! Kletis! Nein! Kletis! Ich kann es immer noch nicht glauben, dass er es tatsächlich getan hat. Mach dir mal keine Sorgen. Er ist wie ein Wombat. Er fällt oft, aber er landet immer wieder auf allen... ...ähm... ...anderen. Ich weiß. Was ist das für ein Geräusch? Was zum... Kohl? Red kein Unsinn. Wenn das Kohl war, dann käme am Ende ja noch... ...Rufus. Rufus. Aua. Es ist alles bereit für die Sprengung, Herr Amtmann. Zur Kenntnis genommen, Sprengwart. Ist noch was? Gibt es keine neuen Anordnungen? Wir könnten jetzt die Zymtsequenz einstellen. Ihr Eifer in allen Ehren. Aber das hier ist nicht das Gründonnerstagsmanöver. Es geht darum, das gesamte Gebiet um das rostrote Meer zu vernichten, Herrgott. Noch vor der eigentlichen Planetensprengung. Ich verstehe, Herr Amtmann. Unterbrechen Sie mich nicht. Ich weiß selbst, was hier auf dem Spiel steht. Denken Sie etwa... Ich wäre mir der Tragweite nicht bewusst. Es stimmt. Inspektor Cletus hat Elysium noch nicht erreicht. Wir können nur raten, was ihn aufgehalten hat. Aber solange noch immer Hoffnung besteht, dass er seinen Auftrag erfüllt, besteht kein Grund zur Sorge. Und solange möchte ich auch nichts von irgendwelchen Zündsequenzen hören. Haben Sie das verstanden? Ja, Herr Amtmann. Cletus wird es schaffen. Er wird den Ältestenrat davon überzeugen, dass es kein Leben auf Deponia gibt. Und wenn nicht... Werden wir eben dafür sorgen, dass der Planet unbewohnt ist. Ähm... Weggetreten! Ich habe zu viele eigene Sorgen, um mich auch noch mit Ihren moralischen Zweifeln auseinanderzusetzen. Also raus! Raus, habe ich gesagt! Ähm... Nur die besten Legenden starten mit brennenden, durchtrennten Notbootwänden. Was in der Tat... Code Simplantat, was zerstört und ihr die Heimkehr verwehrt hat, aber auch Voraussetzung war. Für das Bevorstehende, wenn man ehrlich, das Ende des ersten Teils hatte eh niemandem gefallen. Und so geht's als konsequentes letzten Ends noch ne weitere Chance auf Happy Ends. So richtig mit Dancen und Saufen und allem. Und so mit Saugen und allem. Autschi! Ich glaube, ich muss meinen Chiropraktiker feuern. Bock? Ah, wir haben angelegt. Aber wo sind die denn alle? Ah, ein Zettel von Bozo, dem alten Piraten. Guten Morgen, Schlafmütze. Doc hat Goal in seine Praxis gebracht. Endlich denkt mal einer mit. Es schien ihr nicht gut zu gehen. Blut aus den Ohren. Wenn du mich suchst, ich bin in der Spelunke. Spelunke. Das klingt nicht übel. Ah, da steht noch was. Vergiss nicht, bei Doc vorbeizuschauen. Er braucht deine Hilfe. Warum kommt nie jemand ohne mich aus? Ja, das kennen wir alle, ne? Diese Frage stellen wir uns immer wieder. So. Wunderbar. Ich würde ja gerne behaupten, dass ich nicht im Müll wühle. Aber wem will ich etwas vormachen? Das hier ist immerhin Deponia. Uh, glitschig. Ist das eklig? Nein, es reicht. Ich gehöre hier einfach nicht her. Ich... Moment, was ist das? Hey, das ist ja mein alter Sardellenköder. Der ist doch noch gut. Ich erinnere mich darauf, wie wir den hergestellt haben. Na toll. So, was haben wir denn noch so hier? Wir sehen bestimmt die hier im letzten Mal so Kleinigkeiten oder so. Das ist mal ein bisschen gründlicher. Rata. Hm. Der schwimmende Schwarzmarkt liegt mitten im rostroten Meer. Weit weg von den Kreuzertrassen des Organon. Gut so. Okay. Also wir sind auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Gut, wüssten wir das auch schon. So, haben wir hier noch irgendwas? Man checkt mich, ne? Ja, dann gehen wir mal raus in den Hafen. Es geht doch nichts über frische Seeluft. Der Geruch von Abenteuer, Freiheit, der toxischen Chemikalien. Und? Tonis Mutter. Du verscheust die Fische. Fauler Fisch. Nah dran. Aber dieser Eingeborene bietet eine willkommene Gelegenheit, mein kosmopolitisches Geschick und meine polyglotten Skills anzuwenden. Ich, Rufus, wo ich finden, dockt sein Labor. Ohr, redest du mit mir, du Affe? Für Leute wie dich haben wir Stadtpläne aufgestellt. Du meinst durchreisende Helden? Ich meine Leute, mit denen wir nicht sprechen wollen. Nur zur Information. Ich verfüge über einen hervorragenden Orientierungssinn. Deine dämlichen Stadtpläne brauche ich nicht. Und warum schaust du ihn trotzdem an? Tu ich nicht. Ich werfe ihm einen verächtlichen Blick zu. Docks Praxis ist im Industriegebiet. Aber wo ist die Spellunke? Oh, egal. Dann gehe ich wohl erst mal dock besuchen. Ja, das ist doch mal ein Reisesystem. Das geht schnell. So schön viel Potenzial für ein feierliches, alles verzehrendes Feuer. Wir würden ja niemals ein Feuer irgendwo liegen. Nein. Laut Lieferschein ist da ein Ersatz-Airbag für Kanalgondeln in der Kiste. Was sind wir denn hier? Wer braucht denn sowas? Man spürt doch, wenn Strom fließt. Wieso leberen braucht man immer? Eine Kurve. Noch mehr Potenzial für noch mehr dramatische Wendungen. So, was haben wir noch? Dort steht ein Wachhund. Hier ist ein Stöckchen. Diese Aufgabe unterfordert mein Kombinationsvermögen. Ich verdresche den blöden Köter einfach. Bestimmt, Rufus. Dem werde ich schon zeigen, wer hier die überlegene Spezies ist. Was bist du denn für ein niedlicher Wauzi? Ich muss doch sehr bitten. Mein Name ist Cleverbyte. Ich bin eine autonome, kubernetes, hochentwickelte Serviceeinheit, programmiert auf komplexe Sicherheitsaufgaben. Cleverbyte. Was für ein putziger Name für einen Robohund. Ich verbiete mir diese Erniedrigungen. Durch die neuronale Verknüpfung von Computerzeitkreisen mit organischem Hirngewebe bin ich in der Lage, über 3000 Leitkomma-Operationen in der Sekunde vorzunehmen. Kannst du auch Männchen machen? Das vielleicht nicht. Aber ich kann durch einen gezielten Biss dafür sorgen, dass du keine mehr machen kannst. Ganz schön großmäulig für einen Cyberdingster, Wauzi. Aber wie sagt man doch so schön? Hunde, die bellen, beißen nicht. Hast du mich etwa bellen gehört? Ich weiß nicht. Ich höre immer nur Mimimi, Nerdgefase, Mimimi. Ich werde Doc empfehlen, dir einen Cybermaulkorb zu basteln. Dazu müsstest du wohl erstmal an mir vorbei, oder? Pff, ich lass mir doch von einem dummen Hund nicht den Weg versperren. Ich bin ja auch ein überlegener Kybernetischer. Mimimimi, überlegen? Mimimimi. Ich werde dir schon zeigen, wer hier überlegen ist. Wer ist ein artiger Roboterhund? Lass mich kurz darüber nachdenken. Eine Mutter vielleicht? Was? Och, du mieser. Platz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Intention verstehe. Das liegt daran, dass du nur ein dummer Hund bist. Vielleicht würde es helfen, wenn du in ganzen Sätzen sprichst. Mach Platz. Bravo. Wenn du dich noch ein bisschen mehr anstrengst, dann gelingt es dir eventuell sogar, einen ganzen Satz zu bilden. Pff, ein Klacks. Hiermit fordere ich dich auf, einen Platz zu machen. Pff, hast du das gemacht? Aber ich wüsste hier immer noch nicht ganz, worauf du hinaus willst. Na, Platz. Platz halt. Hier. Pff, ich werd nicht mehr. Lass mich durch. Ich muss zum Doc. Oh, das geht leider nicht. Wenn ich dich durchließe, würde ich meine ganze Disignation als Wachhund kompromittieren. Ich komprimier dir auch gleich mal was. Ich glaube, du vergisst, wer hier die überlegende Spezies ist. Warum zeigst du es mir da nicht einfach? Lässt du mich bitte herein? Hm, das klingt zum Besser. Aber ich habe das vierte Wort nicht ganz verstanden. Bitte. Bitte sprechen Sie direkt in das Audiointerfell. Meinetwegen. Bitte. 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 Aufhören. Bitte aufhören. Meine Zeitkreise überladen noch. Blöder Köter. Gibst du etwas schon auf? Enttäuschend. Ja, komm. Das machen wir jetzt hier mit jedem guten Hund. Hol das Stöckchen. Na, schau mal, was ich hier Feines habe. Und jetzt? Sei ein braves Hundchen und hol das Stöckchen. Was ist? Hol das Stöckchen. Oder bist du etwas zu blöd dafür? Ja, genau. Das wird sein. Hol das Stöckchen. Hm, nein. Du holst jetzt das Stöckchen, aber pronto. Wenn du das Stöckchen so gerne hast, hol es doch selbst. Und wenn du schön brav bist, lass ich dich dann vielleicht sogar durch. Brrrr. Das denkt sich mein Hund mit Sicherheit auch jedes Mal. Ich habe gerade ein Stöckchen geworfen. Und du bist ein Hund. Also, was tut ein Hund in einem solchen Fall? Ich warte darauf, dass sie sich noch mehr zum Affen macht. Mö, falsch. Du apportierst den Stock. Oder bist du dazu zu blöd? Warte. Ich mache es dir vor. Oh, Junge. Das hast du nicht wirklich gerade getan, oder? Warte. Ich werde nicht mehr. So, so langsam nervt er. Ausgerechnet weiß. Der Spielverderber unter den Farben. Okay, den Einwand habe ich vorher nicht gesehen. Hm, was haben wir denn hier? Lampe? Irgendwas scheint mit dieser Lampe nicht zu stimmen. Die flackert andauernd. Ja, die flackert immer dann, wenn er lacht, ne? Dieser Idee fehlt noch der richtige Dreh. Okay. Nein, das ergibt keinen Sinn. Wenn die Kurbel elektrisch wäre, wozu dann kurbeln? Ja, hat da nicht ganz unrecht. Okay. Genau. Dieser bellende Mülleimer hält sich vielleicht für schlagfertig. Aber gleich werde ich ihm zeigen, was Schlag, äh, wann, wann der Schlag fertig ist. Äh, was so ein Schlag. Ach, egal. Irgendein geniales Wortspiel mit Schlag halt. Hehe. Schlag. Wegen elektrischem Schlag und so. Ach, Rufus. Du brauchst keine Pointe, um brillant zu sein. Jetzt wird er sein blaues Wunder erleben. Hey, was ist los? Gibst du etwa schon auf? Ja, du hattest recht. Diese Jackson-Sache ist einfach zu hoch für mich. Du verblödete Gullitöle. Hier, so geht das. Du nimmst den Stock in den Mund? Oh, Junge. Ich werde nicht mehr. Oh, Junge. Oh, Junge, Junge. Ähm. Zugegeben, das hatte ich jetzt irgendwie anders geplant. Ja, jetzt können wir ja in drei Fragezeichen. In der nächsten Folge. Wir sind nämlich leider schon mit der Zeit rum. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.